Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pemplefort. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.950 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. 2. Khakaorol Nach shank 4. 7.